Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren kleinen Video aus unserer A-Z-Offizier-Serie. Heute geht es um einen ungewöhnlichen Offizier, aber bevor ich zum MacInnen komme, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, da meine Videos magst, abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auf die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und jetzt schauen wir uns mal Elea MacInnen an. Die ist in der Liste als MacInnen, deswegen kommt sie jetzt dran bei M. Sie gehört zur Klasse Forschung, das bedeutet, du brauchst Forschungsabzeichen, um sie abzugraden. Sie gehört zur Gruppe Vermesser und Abbauer, das bedeutet, wenn sie Captain ist, kann sie Synergien von anderen aus der Gruppe bekommen oder eben Synergie an einen Captain aus dieser Gruppe geben, wenn sie selbst mit auf der Brücke ist. Und sie gehört zur Fraktion Föderation, das bedeutet, du brauchst Föderationscredits für die Upgrades. Wenn du etwas über MacInnen wissen möchtest, sie hat für einen Offizier, den ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm habe, eine relativ lange Geschichte hier in der Infobox. Du weißt, es gibt ja zu jedem Offizier da immer einen Text. Und dann kannst du hier mal reinschauen. Auf jeden Fall, der Name hat es ja schon ein bisschen verraten, aber sie ist tatsächlich aus Finnland. Und den Rest kannst du dir, wenn es dich interessiert, selbst gerne einmal durchlesen. Sie ist jetzt keiner, den ich groß aus den Serien oder den Filmen kenne. Aber wie du gehört hast, hat sie ein Kapitänsmanöver und das ist fortgeschrittener Abbau. Ihre Gruppe hat das ja schon nahegelegt, dass sie mit Abbauen was zu tun hat. Elea Meckinen erhöht die Abbaugeschwindigkeit des Schiffes um 10%. Das ist jetzt nicht eine Riesenmenge. Und das war, als sie im Spiel eingeführt wurde, sicherlich eine große Hilfe. Aber aufgrund der Tatsache, was später an Offizieren noch eingeführt wurde und der Tatsache, wie schwer sie heute zu kriegen ist, ist das wahrscheinlich an dem Punkt, wo du sie bekommst, nicht mehr die größte Hilfe für dich, wenn du so viel Pech hast mit dem Ziehen wie ich. Aber wo man sie herbekommt, das gibt es leider nur eine Möglichkeit. Dazu kommen wir gleich noch. Aber da wird dir diese Fähigkeit vielleicht nicht mehr unbedingt so tierisch helfen. Was aber ganz interessant ist, sobald du in den Bereich mit dem ISO kommst und in die Gebiete gehst, ist ihre Offiziersfähigkeit Isogenabbau. Denn Meckinen erhöht die Rate des Isogenabbaus um 20%. Das sind jetzt auch keine Riesenwerte, aber trotzdem 20% schneller oder nicht beim Isogen ist sicherlich hilfreich. Vor allem, weil du da schnell immer weg willst. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, in den meisten Fällen gehen die Leute beim Isogenabbau OPC, also über die geschützte Fracht, weil das ja schon dann mit der Meridian zum Beispiel relativ schnell geht. Du willst es aber noch mehr beschleunigen, um da so schnell wie möglich wieder wegzukommen. Und da ist dann sicherlich Meckinen eine gute Möglichkeit, deinen Isogenabbau noch zu beschleunigen. Als ungewöhnlicher Offizier hat sie natürlich auch noch eine Fähigkeit für Außenteamaufgaben. Das ist Wissenschaftler. Das ist jetzt keine seltene Fähigkeit, davon gibt es einige. Aber wenn du tatsächlich mit deinen anderen Abbaucrews dann schon gut hinkommst und Meckinen aber haben solltest, dann kannst du sie auch trotzdem noch gut zu Außenteammissionen schicken. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Offizieren, die man dann hinterher gar nicht mehr gebrauchen kann, ist ja das Schöne bei den Ungewöhnlichen, dass sie wenigstens eine Außenteamfähigkeit haben und dann kannst du sie gebrauchen. Jetzt sind wir aber bei dem Knackpunkt, wo ich auch schon einige Fragen in den Kommentaren immer gesehen habe zwischendurch, bevor Meckinen überhaupt dran war, ist das Thema, wo bekomme ich sie her. Und ich bin zwar zur Rekrutierungssektion jetzt gegangen, aber hier werden wir sie im Moment nicht finden. Denn der einzige Weg, sie zu bekommen, taucht nur im Moment zumindest einmal im Monat auf. Und das ist eben die Rekrutierungssektion, die hier kommt, wenn das Event Schmelztiegel des Krieges läuft. Je nach deinem Level, ich denke mal, das ist levelabhängig, weil früher hatte ich eins, jetzt habe ich zwei von diesen Rekrutierungssektionen hier drin, wenn der Schmelztiegel läuft. Da ist dann auch schon bei denen, die nur eins haben, Meckinen mit drin. Das war auch meine einzige Quelle für Meckinen, um sie damals zu bekommen. Ist nicht ganz leicht, aber sie ist wenigstens ein ungewöhnlicher Offizier. Die brauchen nicht ganz so viele Teile zum Freischalten. Aber es ist tatsächlich der einzige Weg, um Teile für Meckinen zu bekommen. Du musst auf Schmelztiegel des Krieges warten, dann deine Token hier auch einsetzen für die Offiziere, statt für Armada-Direktiven, um zu hoffen, dass du darüber dann Meckinen bekommst, weil einen anderen Weg gibt es im Moment nicht. Aber vielleicht hat ja jemand mehr Glück gehabt als ich, gerade auch schon auf frühen Levels, wenn man gerade so mit den Gebieten anfängt. Also wenn jemand vor kurzem mit den Gebieten angefangen hat, jetzt so langsam mit dem Isogenabbau angefangen hat und Meckinen schon hat, dann lass uns doch mal wissen, wie sehr Meckinen dir denn hilft beim Abbau. Und ansonsten denke ich, dass die Erfahrenen heute, die jetzt schon auf höheren Levels sind, wahrscheinlich ganz andere Crews da benutzen. Aber es ist trotzdem immer interessant zu sehen, wenn man den rechtzeitig hat, ein Offizier. Das kommt bei vielen Offizieren darauf an, hat man sie rechtzeitig oder nicht. Wenn man sie rechtzeitig hat, sind sie eine große Hilfe, kriegt man sie zu spät, wie es mir bei manchen ging dieses Mal, dann sind sie keine große Hilfe mehr. Aber das ist eben das Glücksspiel bei der Rekrutierung. Und wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen möchtest, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.